Hallo zusammen, wir melden uns jetzt noch einmal von dem Truck-Konvoi in Ottawa, in Kanada und möchten euch darauf hinweisen, dass es eine ähnliche Aktion jetzt auch für Europa gibt. Und zwar wollen sich die Lkw-Fahrer, die Trucker, die europäischen am nächsten Samstag in Brüssel treffen. Wir werden sehen, wie das ausgeht in Italien. So kriegen wir hier gerade eine Meldung. Da mobilisieren sich die Trucker schon und ja, auch in Holland haben sich einige Trucker formiert. Wir denken, es wird eine ähnlich spektakuläre Aktion wie die in Kanada. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, über all diese Dinge ausführlich zu berichten. Hier auf diesem Kanal, den wir da auch extra dann Truck-Demo Europa 2022 genannt haben. Aber da es bei uns ja noch nicht so weit sind, hier einige Fast-Live-Bilder aus Ottawa, aus Kanada. Das war's für uns ja noch nicht so weit ist, wie wir da auch noch nicht so weit sind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020